Die Frage, die alle Fans seit Wochen brennend interessiert. Wie geht es dir? Ja, an der Sicht geht es mir gut. Meine Ferse ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist katastrophal. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich greife jetzt wieder an. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Ich muss mir da wirklich Zeit lassen und auch wirklich ruhig bleiben. Was mir nicht ganz so leicht fällt, muss ich eigentlich sagen. Ich bin nicht der geduldigste Mensch, deswegen ist es nicht ganz so leicht für mich. Aber ich habe morgen nochmal einen MRT-Termin, um einfach zu schauen, wie ist jetzt in den letzten drei Monaten die Entwicklung, um dann zu entscheiden, wie geht es weiter. Daran anschließend habe ich eine Frage eines Fans, die ich gerne vorlese. Was kannst du überhaupt im Moment machen? Wie sieht dein Ablauf im Moment aus? Tatsächlich haben wir ziemlich auf Null gefahren für die letzten, ich glaube, seit dem Dresdenspiel ziemlich auf Null gefahren. Das heißt, wirklich gar nichts gemacht, also wirklich komplette Pause für zwei Monate. Jetzt seit einem Monat ungefähr sind wir intensiver in den Behandlungen, versuchen mehr. Ich meine, davor hatte ich auch schon Behandlungen, wir haben viel gemacht, aber jetzt wird es einfach intensiver. Sportlich mache ich nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Da ist einfach auch nicht viel möglich. Ja, ich kann viel Kraft im Bereich machen, was nicht so viel Spaß macht, aber was auch dazugehört. Aber auf dem Platz, ja, da war ich die letzten drei Monate nicht. Eine Frage eines weiteren Fans ist, wie nah bist du denn zurzeit noch in der Mannschaft? Bist du täglich oder nur an den Spieltagen da? Nee, ich bin schon täglich da. Also ich versuche, so gut es geht, immer da zu sein. Was heißt, so gut es geht? Eigentlich bin ich jeden Tag da. Ja, wenn die Physiotherapeutin auch dann quasi für mich Zeit hat, weil es natürlich auch so ist, dass 20, 25 Spieler betreut werden müssen, sodass man sich die Zeiten dann versucht, so oft zu teilen. Aber ich versuche jeden Tag eigentlich da zu sein und ja, auch so nah wie möglich dran zu sein, um wirklich nicht zu viel zu verlieren und auch wirklich alles mitzubekommen. Ja, was mir auch einfach persönlich sehr, sehr wichtig ist. Nun ist das in der Corona-Zeit alles ja super schwierig, also auch für euch Fußballer. Wie würdest du den Teamgeister, wie würdest du im Moment so die Stimmung innerhalb der Mannschaft beschreiben? Ja, die ist durch die Bank gut, muss ich ehrlich sagen. Also da sind es, da schießt wenig quer. Natürlich ist es so, wenn du eine weniger erfolgreiche Phase hast, dann ist es einfach auch so, dass die Stimmung geknickt ist. Es wäre, glaube ich, auch fatal, wenn sie immer blendend wäre. Das gehört auch einfach dazu in der Fußballmannschaft, dass es da auch mal Reibung gibt. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon ein sehr eingeschworener Haufen. Thilo, ein bisschen Blick in die Vergangenheit. In deiner Zeit bei Twente Entschede hast du auch Champions League gespielt, auch gegen Werder Bremen sozusagen, mit Thorsten Frink sogar. Was sind deine Erinnerungen daran? Ja, das ist noch ziemlich präsent, muss ich ehrlich sagen. Also ja, das ist das Maximum, was man als Vereinsfußballer erreichen kann. Und da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Das nimmt mir auch keiner. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl gewesen. Vor allem, weil es halt auch einfach in Deutschland war, in Bremen, wo tatsächlich meine ganze Familie da war, wo aus meinem Dorf auch viele Bremen-Fans sind und Dauerkarten haben. Das ist natürlich dann auch nochmal besonders, wenn man dann nachhört, dass es doch ein bisschen aufgeteilt war, für wen man eigentlich ist. Das ist natürlich verdammt schön gewesen. Ja, und dann auch noch zu gewinnen, um drauf jetzt mit dem Trainer im Endeffekt jetzt hier nochmal wieder zusammengeführt zu werden. Das ist auch spannend. Aber ja, dieses Gefühl von der Hymne zu hören, das vergisst du nicht so schnell. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du bist hier im Emsland geboren, in Anderfenne. Was ist das Besondere am Emsland? Was macht das Emsland aus? Was glaubst du? Boah, das ist immer schwierig, irgendwie zu beschreiben. Ja, es ist Heimat. Und jeder weiß, was Heimat bedeutet. Für mich ist es einfach wahnsinnig schön, weil man immer nah an der Familie da ist. Man hat die Freunde da. Man hat wirklich Großeltern, meine Oma, meine Cousins, Cousinen, meine Schwestern, meine Eltern vor allem. Also es ist, ja, es ist einfach Heimat. Und dieses zu erklären, was ist Heimat, ist natürlich, fühlt jeder und weiß auch jeder, was es ist. Und das ist für mich einfach ganz was Besonderes, dann auch hier auch noch Fußball zu spielen. Wie kannst du am besten entspannen? Wie ich am besten entspannen kann? Jetzt, ich bin letztes Jahr im April Vater geworden. Und da merkst du schon, also vorher hatte ich mich oft mit Familienvätern, die auch mit mir in der Mannschaft gespielt haben, wie David unterhalten. Er hat immer gesagt, ja, Thilo, wenn du erstmal ein Kind hast und du kommst nach Hause, dann ist alles vergessen. Da habe ich immer gedacht, ja, mag wohl sein, kann ich mir aber nicht so vorstellen. Weil ja, Fußball ist irgendwie das Wichtigste immer gewesen. Aber seitdem die Kleine dann da ist und du nach Hause kommst, ja, da brauchst du eigentlich nicht viel tun, sondern einfach die Kleine beobachten, wie sie da rumeiert. Das ist schon wahnsinnig spannend und da schalte ich am besten ab. Da fragt Lukas, diesmal habt ihr es geschafft, gegen eine Spitzenmannschaft noch ein Remis herauszuholen? Wie wichtig ist das für die kommenden Spiele, für den Kopf, für die Moral? Ja, klar, es ist natürlich schon auch heftig, wenn du einfach aufweist, wenn du hinten liegst, dass du dann in der Regel oder in den letzten Spielen nie was geholt hast. Aber ich habe auch nie das Gefühl, dass das die Mannschaft großartig beschäftigt oder belastet vor allem. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig auch zu wissen, dass man diese Qualitäten hat, um auch wieder zurückzukommen. Und ich glaube schon, dass es einen guten Push geben kann. Es wäre heute eigentlich ein Spiel gewesen. Heute wären wir jetzt eigentlich im Stadion gegen KFC Uerdingen. Das Spiel wurde abgesagt und musste verschoben werden, weil es Corona-Fälle auch in Uerdingen gab. Am Samstag geht es zum Aufsteiger nach Pferde. Wie schätzt du das Team ein? Ja, eine wahnsinnig spielerisch wahnsinnig gute Mannschaft, die einen genauen Plan davon haben, was sie machen wollen und was sie auch machen können. Und wo jeder füreinander durchs Feuer geht. Und man unterschätzt es dann ja oft, wie wir auch früher immer unterschätzt worden sind und immer noch vielleicht auch dazu unterschätzt werden. Das ist eine richtig gute Mannschaft, stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Und das ist schon eine große Aufgabe. Du bist einer der erfahrensten Spieler beim SV Meppen, hast glaube ich 129 Pflichtspiele bisher gemacht. Worauf wird es ankommen, um das Saisonziel zu erreichen, fragt Lukas. Ja, das was uns, hört sich immer wieder doof an, aber das was uns immer ausgezeichnet hat. Dass wir zusammen alles zusammen machen, wirklich zusammen durchs Feuer gehen, immer füreinander da sind und dass es da wenig Konflikte einfach gibt. Und ich habe auch nicht, wie habe ich eben schon gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es bei uns das gibt. Ich finde schon, dass wir fußballerisch noch mehr zulegen können, vor allen Dingen nach vorne auch. Wir haben eigentlich die Qualität, bringt es noch nicht so auf die Platte. Ich finde, dass wir in den letzten Wochen wahnsinnig stabil hinten stehen. Auch wenig, ja, ich fand gegen die 60 wenig zugelassen haben. Aber ja, ich glaube, dass wir nach vorne schon noch Luft nach oben haben. Ja, darauf zielt auch die nächste Frage, die ich hier bekomme, ist deine Einschätzung. Warum bekommen die Stürmer so wenig Abschlussmöglichkeiten? Bis zum gegnerischen 16er ist das Spiel aus der gesicherten Abwehr ja ganz passabel, sagt er. Im letzten Drittel kommt aber leider etwas wenig zustande. Was meinst du, kann man ändern oder was muss man ändern? Ja, das ist ja eine richtige Frage, ist auch verständlich. Ist natürlich aber auch wahnsinnig schwierig, das jetzt einfach so mit drei, vier Sätzen zu beschreiben, woran es jetzt genau liegt. Ich glaube schon, dass wir die Qualität auch haben, um schnell umzuschalten. Das hat es uns auch immer ausgemacht. Aber wir haben auch immer gute Ballbesitzphasen gehabt. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, wenn wir lange Ballbesitzphasen haben, dass wir auch mehr Ruhe ins Spiel kriegen. Und wenn wir darüber kommen, dass wir dann auch die Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das fehlt uns vielleicht ein bisschen in letzter Zeit. Gab es einen anderen, einen ganz anderen Berufswunsch neben dem des Profifußballers bei dir? Als Kind nicht, bin ich ganz ehrlich. Da gab es nur das eine. Und das hat sich auch eigentlich immer so gehalten. Bis seitdem ich eben wieder im Emsland bin und wieder zu Hause bin, da bin ich bei meinem Vater in Betrieb eingestiegen. Wir haben eine ambulante Familienhilfe. Da bin ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Konnte es dann durch den Aufstieg, was auch nicht traurig ist, nicht weiterführen. Bin da jetzt aber immer intensiver drin, um auch meine Planung nach meiner Karriere vorzusetzen. Und es geht auch dahin, dass ich da dann nach der Karriere einsteige. Wir müssen nochmal auf das Corona-Thema zurückkommen. Wir hatten heute einen Termin im Stadion. Da sagte der Mann, meine Güte, was ist das für eine gespenstische Stimmung hier? Und das ist natürlich immer, wenn kein Spiel ist, sage ich mal. Aber diese Stimmung haben wir jetzt teilweise schon die ganzen letzten Monate gehabt. Welchen Einfluss hat das für euch? Was spürt ihr, wenn er rausgeht? Ja, da kannst du dich auch einfach nicht dran gewöhnen. Also es ist natürlich nicht ansatzweise das, was es immer ausgemacht hat, hier zu spielen oder überhaupt in Stadien zu spielen. Man hat das, glaube ich, am deutlichsten gemerkt. Als wir hier gegen Verl, glaube ich, hatten wir zweieinhalbtausend oder so Zuschauer. Aber da merkst du einfach dann auch den Unterschied. Dann kommst du raus und hast wieder Gänsehaut. Und jetzt ist es halt so, du bist auf den Platz. Und wir müssen das annehmen und machen das auch. Aber natürlich ist es nicht das, was Fußball ausmacht. Und ja, es ist schade. Aber so wie in allen zur Zeit müssen wir da durch. Und das machen wir auch. Hat sich das Training eigentlich verändert in den letzten Wochen? Ihr hattet unheimlich viele Spiele, viele englische Wochen, hohe Belastung. Muss man da den Trainingsplan eigentlich komplett umstellen? Ja, leider bin ich ja irgendwie nicht so richtig mit drin. Kann das nicht ganz so beurteilen. Es ist aber natürlich so, dass wenn du nur englische Wochen hast, dass die Intensität beim Training nicht ansatzweise so hoch ist, wie wenn es ein geregelter Spieltag ist oder eine geregelte Saison ist. Klar, da wird dann auch viel Wert auf Pflege und auf andere Sachen gelegt. Aber dann ist es nicht so intensiv. Nicht so intensiv. Und das hatten wir ja gerade auch schon. Das ist natürlich der Kontakt zu den Fans, was ja absolut fehlt. Ja, absolut. Es fehlen ja nicht nur die Fans in den Stadien, sondern es fehlen ja auch solche Termine wie Autogrammstunden, Termine bei Sponsoren. Dann habt ihr ja oft Sachen gemacht wie vor diese Tage, wo ihr in die Schulen geht. Das fehlt schon, oder? Dieser direkte Kontakt, dass man auch ein Feedback bekommt von den Leuten. Die dann einfach mal sagen, hey Thilo, macht weiter so oder ihr müsst was verändern. Genau, das ist scheiße. Ja, aber das ist absolut, das fehlt. Und das ist das, was ich sage. Wenn du ins Stadion kommst und da ist kein Mensch, dann ist es okay jetzt im Moment. Es ist nicht schön, aber wir müssen da durch. Aber klar, diese Sachen fehlen einfach. Aber das geht ja jedem so. Also keiner kann mehr irgendwo in Gruppen jemanden treffen oder hat einfach mal eine gemütliche Runde. Natürlich fehlt einem das und dieses Feedback fehlt einem definitiv auch. Auch wenn es mal negatives Feedback ist, aber es fehlt einem definitiv. Hat diese Corona-Zeit bei dir auch was verändert? Wir hatten selber hier in der Mannschaft Fälle, die auch nicht so ganz unproblematisch waren. Bekommt man da nochmal eine andere Sicht auf diese Corona-Krise? Ich weiß gar nicht, ob ich da eine andere Sicht drauf bekommen habe. Ich selber habe es schon immer ernst genommen und kann die Maßnahmen auch im Großen und Ganzen nachvollziehen. Und verstehe es auch alles, weil es natürlich nicht einfach mal so einfach ist, so eine Entscheidung auch zu treffen, alles zuzumachen. Aber es fehlt einem natürlich. Es fehlt einem, Leute zu treffen, Familie zu treffen, gemütlich rauszugehen. Natürlich fehlt einem das und das schränkt einen auch ein. Aber ja, ich glaube, das fühlt im Moment jeder. Und dann müssen wir einfach auch so doof, wie es sich wieder mal anhört, einfach durch. Heute ist ein besonderes Datum, das ist nochmal ein ernstes Thema. Heute vor 76 Jahren haben Soldaten der Roten Armee die Konzentrationslager von Auschwitz befreit. Mindestens 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. Und dieser Tag der Befreiung ist ja mittlerweile internationaler Holocaust-Gedenktag. Da hat sich jetzt aber auch der Fußball schon seit Jahren engagiert und macht an diesem Gedenktag mit. Und wir als SV Meppen natürlich auch. Wir hatten heute auch einen Termin dazu. Und wie wichtig ist das, dass der Fußball ja auch mal so ein bisschen eine Sonderstellung einnimmt, ja auch in dieser Corona-Phase, was ja auch einige kritisieren. Wie wichtig ist, dass man da auch Stellung bezieht und Zeichen setzt? Das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, so ein Datum, da stellt es einem auf. Da muss man auch einfach dran erinnern. Gerade ich glaube jetzt in der jetzigen Situation, wenn man sieht, was in der Welt passiert oder auch in Deutschland passiert, dann ist es einfach umso wichtiger, um auf solche Sachen auch einfach mal einen Tag innezuhalten und darauf auch mal aufmerksam zu machen, weil es einfach, ja, sowas darf sich niemals wiederholen. Und es ist einfach gut, dass es so einen Tag dann auch gibt, um einfach mal daran zu erinnern. Ja, eine Frage, die häufig gekommen ist, ist die, es gibt ja viele Spieler, die vor einem Spiel so ein ganz bestimmtes Ritual haben, sich den linken Stutzen zuerst anziehen oder sowas. Hast du sowas auch? Müsste ich jetzt kurz überlegen. Obwohl, wenn ich so lange überlege, wahrscheinlich eher nicht. Nee, eigentlich nicht. Also es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf, dass ich mir noch einen Kaffee nehme und zwei Stunden vorm Spiel, oder wenn wir im Auswärtsspiel anderthalb Stunden vorm Spiel ankommen, mir nochmal einen Kaffee nehme und auf den Platz gehe. Aber sonst wüsste ich so direkt nicht, ob ich noch so ein spezielles Ritual habe. Auswärtsspiel, ein gutes Stichwort. Es sind teilweise lange Fahrten, die ihr zurücklegen musst nach München, nach Rostock, durch die Republik. Eine Frage war, wie sieht es da im Bus aus? Da gibt es da verschiedene Fraktionen. Spielen da welche Karten? Sind da welche am Singen? Sind da welche am Lesen? Zu welcher gehörst du? Ja, es gibt definitiv verschiedene Fraktionen. Die einen spielen Karten, die anderen schauen sich einen Film an, die anderen, keine Ahnung, wenn es ein Sieg war, singen sie rum. Ich gehöre zu Fraktionen Kartenspielen. Wir haben da eine Doppelkopfrunde. Und ja, das kann ich auch, wenn wir von München nach Hause fahren, kann ich das auch gerne zehn Stunden am Stück spielen. Okay. Eine Frage, die auch viele interessiert. Wie sieht so ein Ablauf eigentlich aus, wenn ihr auswärts seid? Also wenn ihr den, was weiß ich, nach München fahrt oder Kasachlautern, fahrt ihr am Tag vorher los und seid dann im Hotel und dann wird gefrühstückt. Und was passiert dann? Ja, wir fahren, wie gesagt, einen Tag vorher los, kommen im Hotel an, übernachten dann, haben morgens Frühstück und dann ist es meistens so, dass man nochmal kurz eine Phase hat, wo man spazieren geht, aufs Zimmer nochmal geht, sich nochmal kurz hinlegt. Und dann gibt es nochmal so einen kleinen Snack vorm Spiel, meistens so drei Stunden vorm Spiel gibt es nochmal eine Mahlzeit, eine kleine bisschen Nudeln. Und dann ist die Besprechung meistens im Hotel, je nachdem, wie weit man vom Stadion auch entfernt ist, sind es dann meistens so zwei Stunden vorm Spiel ungefähr und man ist dann so anderthalb Stunden vorm Spiel am Stadion und bereitet sich dann auch wie bei jedem Spiel ganz normal vor. Als Mannschaftskapitän des SVM hast du eine ganz besondere Position, machst das jetzt auch schon relativ lange. Was ist die Herausforderung an diese herausragende Position und was sind deine Aufgaben ganz konkret? Ja, ich finde, die Herausforderungen sind eigentlich gar nicht so groß, finde ich. Also ich finde auch nicht, dass ich mir extra Aufgaben suchen muss, nur weil ich Kapitän bin. Ich glaube, dass das einfach ganz normal sein muss und authentisch auch sein muss und so versuche ich es auch einfach umzusetzen und ich versuche mir dann nicht Aufgaben zu suchen, sondern dass ich Sachen anspreche, wenn sie mich stören, dass ich Sachen anspreche, wenn es andere stört, dass es einfach in der Mannschaft funktioniert und auch Sachen, die dann nicht gut sind, auch einfach klar zu benennen. Und ich glaube, da brauche ich mir dann nicht großartig einen Plan zurechtlegen, was für Sachen das sind, sondern einfach allgemeine Dinge. Aber natürlich gehören auch Sachen wie, wenn es mal Videos gibt, die aufgezeichnet werden müssen, wenn es mal irgendwelche kleinen Talkrunden gibt, dass ich da bin. Aber das sind jetzt einfach Sachen, die dann nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben, aber auf dem Platz und neben dem Platz in der Kabine sind das einfach die Sachen, die ich dann als Erster vielleicht ansprechen muss. Aber ich dann auch erwarte, dass andere, denen das auffällt, auch genauso machen. Eine Frage noch zum Sportlichen. Wie schätzt du die Rückrunde, die jetzt gerade angefangen hat, ein? Was glaubst du, wird es weiterhin insgesamt in der dritten Liga so eng bleiben, wie es jetzt ist? Ich glaube schon. Tatsächlich glaube ich das wohl, weil einfach, ja, es ist jetzt, ich würde nicht eine Mannschaft, die komplett oben heraussticht. Und ich glaube auch keiner, der jetzt schon sinnlos abgestiegen ist. Das war in den letzten Jahren auch schon anders, dass da im Winter schon fast alles geklärt ist oder eine klare Tendenz zu erkennen ist. Ich glaube, dass jetzt bis zum letzten Spieltag sehr, sehr viel offen bleibt und sich das auch so durchzieht. Vielleicht eine Frage, die man, die viele Journalisten auch in Magazinen gerne stellen. Du musst unheimlich viele Interviews geben beim Agenta Sport logischerweise und auch sonst in der Zeitung und beim Hörfunk. Wenn du jetzt selber mal ein Interview machen dürftest, wen würdest du interviewen? Wahrscheinlich würde ich auch in den Sportbereich gehen, wäre aber nicht beim Fußball, sondern mich würde tatsächlich interessieren, Tiger Woods, weil ich auch selber Golf spiele, fände ich wahnsinnig interessant. Das ist ja auch nicht eine ganz so uninteressante Lebensgeschichte. Und ich glaube auch Roger Federer, weil mich das einfach imponiert, was er da die letzten Jahre abgerissen hat. Imke möchte wissen, ja, du bist Vater geworden und das verändert natürlich alles. Wie geht es eurer Familie? Ja, richtig gut. Das ist tatsächlich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Schwierig zu erklären. Also ich habe es eben ja schon mal kurz gesagt, es gibt nichts Besseres, als nach einem Tag Arbeit einfach nach Hause zu kommen und die Kleine kommt ihr entgegengekrabbelt. Also das ist, ja, unbeschreiblich. Ein wahnsinnig schönes Gefühl, was ich nie wieder missen will. Und es geht ihnen auch verdammt gut, außer die Nächte sind ab und zu kurz. Ja, das ist klar. Ja, ich würde fast sagen, wenn jetzt keine Fragen mehr reinkommen, ich habe jetzt hier fast schon alles abgearbeitet an den Sachen, die per Mail gekommen sind. Thilo, ich fand ja das Letzte, was du gesagt hast, auch, ist ein toller Abschluss für diesen kleinen Chat. Vielen Dank. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe tatsächlich viele Nachrichten auch bekommen von Hilfestellungen, wo ich mich noch melden könnte bezüglich meiner Verletzung. Da würde ich einfach mal Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich da so viele melden. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mich bei jedem direkt zurückgemeldet habe. Verzeiht mir das, aber es war natürlich für mich jetzt auch nicht ganz so einfach die Zeit. Wir haben sehr viel ausprobiert und dann ist es viel schon dabei gewesen, was man gemacht hat. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl gewesen, dass sich viele gemeldet haben. Super, wunderbar. Thilo, vielen Dank. Sehr gerne. Dass du das mitgemacht hast hier mit uns. Wir haben viel von dir erfahren. Das war toll. Ich hoffe, die, die mitgemacht haben, denen hat es auch gefallen. Ich danke auch euch für eure Teilnahme, für eure vielen Fragen. Wir werden das in Zukunft häufiger machen, damit wir diese Nähe, die ja im Moment einfach nicht da ist im Stadion, auf diese Weise digital sozusagen nachholen können. Euch alles Gute dort draußen und Thilo, wärt schnell fit und hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf dem Feld. Hoffe ich auch. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020